Ja, welche Mission nehmen wir denn zuerst? Und in dem Sinne ein herzliches Willkommen zurück zu Splatoon, dem Oberoffen-Gerßen-Spiel, das ich bis jetzt gespielt habe. Nein, es gibt viele gute Spiele. Aber im Moment ist das wirklich... Also Nintendo... Ja, übertrifft sich ein bisschen selbst die ganze Zeit. Ich habe die Mission nicht gelesen. Aber wir können ja nochmal. Grafik ist extrem gut. Ich finde die Grafik extrem gut. Tinten von Ten Parkour. Okay. Parkour. Hallo. Tschöö. Wenn auch die Tinten von Ten Schiss spritzen sie los. Aha. Okay. Es ist so geil, was Nintendo hier alles... ...aus dem Hut zaubert. Extrem, extrem geilst. Bäm, bäm, bäm. Hörst du mal auf. Was war jetzt fies? Ähm, was sieht man eigentlich die Energie? Niegegends. Alter! Was war jetzt mehr als fies? Hörst du mich? Wie? Aber warte, man sitzt ja immer zweimal im Leben. Das müsst ihr einfach wissen. Und mich sowieso. Extra leben, wenn man gar nichts verkehrt. Okay. Wir kommen ja auch extra leben, oder ist das... ...gar nicht gewollt. Ja, hi. Hi. Fernseher, dann... ...ein hyperaktiver Fernseher haben wir jetzt auch schon gesehen. Nein! Ich hab' Ideen, ey. Ich hab' Ideen. Jo. Kommen die noch zu mir, oder muss ich zu euch kommen? Ich euch treffe? Jo. Ich hab' den Klingel aus hier. Was will bei mir was heißen? Jo. Wann im auch. Tja! Voll brutal! Und ich sag' mir jetzt bei seinem nächsten Leben mehr. Und so geil. Das nehm' ich dankbar an. Äh, jumpen vielleicht? Ich hab' doch gedrückt. Oh, nee. Na gut. Ba-ba-bam. Dann halt nochmal. Weißt du, was schön war? Und das war's ja auch. Was ist es auch? Komm' jetzt! Hä? What? Okay. Nochmal. Natürlich. Wo kommen wir denn da hin? Komm's doch. Ich will die Bäschen. Also geht's. Ein bisschen zackig, hab' ich das Gefühl. No, no, no. No, no, no. Knife. Okay. Good. I'm Alice. Komm schon. Ich will da hoch. Dankeschön. So, der Mini-Fernseher. Hi. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Wum, 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 wum. Ach, ich lass dich in Ruhe. Ich komm's ja nicht vom Flecktwarmen. Topf. Ich will da hoch. Ach, schon da. Ah, komm jetzt! Ah, das ist ja wie bei Dark Souls! Jetzt waren die Dingle wieder alle da! Dark Souls mit Tintake! Wo hat man das schon gesehen? Ich sag doch, ich bin klüger! So! Diesmal bitte JUMPEN! Läuft! So bitte ein Checkpoint! Bitte 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 Ballmann Checkpoint! Wieso gefällt mir das jetzt nicht? Wenn ich in Bewegung bin, könnt ihr mir die Bucke runterrutschen! Wieso? 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 Was ist denn das jetzt? Konzentration, tschuldigung! Oh! Wieso? 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 Hallo! Tschüss! Hallo! Tschüss! Sonst noch was? Das ist doch was. Was riech ich da? Ich muss mich hören, es war was, es war was, was ich gerochen habe. Ja, so fies bin ich. Und ich trunk der Farben hier. Nein, das ist nicht gesund. Praktisch! Fontänisch! Gut! Aha! Schön! Jump! Gut! Bisher alles sauber! Beziehungsweise voll verkleckst! Aber gut! Sehr gut! Und nu?! Diese circa 2000 Jahre alte Aufzeichnung ist das älteste, bekannte Zeugnis der sogenannten Revierkämpfe. Das bekannte Format von Kämpfen wie Gen 4 war schon damals fest etabliert. Voll die geile, voll die geile ägyptische Zeichnung. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Jaja, bisher haben wir doch noch keine Feinde hier, oder? Haben wir Feinde hier? Weiss ich was nicht. Wo sieht der Feinde? Aber du hast was genommen, du. Hat sie rum tatsächlich Feinde? Nö. Wo sieht der denn Feinde? Nö. So, nächste Mission. Yeah. Komm schon. Gehen wir mal hier hoch. Wenn's dann ging ich. Das aber nicht geht, aber so geht's. Komm, 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 komm. Gehen wir gleich hier. Dann sind wir eigentlich auch. Yo, 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 yo. Ok. Ok. Machen wir. Gehen wir. Wie weitläufige Welt. Sieht nach Arenakämpfen aus, was ich eigentlich nicht so mag, aber wir spielen mal mit. gut. Sieht nach der Feuerprobi aus. Ok. Es fängt schon gut an. Aber ich muss flüchten. Befluchtet hier. Bestiart. Befluchtet hier. Bestiart. Wir sind jetzt echt besiegen, oder was? Irgendwie kein Brot. Ok. Danke. Ich hab kein Brot. Ich hab kein Brot. Ich hab kein Brot. Ich hab kein Brot. Das fängt ja gut an. Wir versuchen natürlich nochmal. Woher fängt die denn hin? Ich möcht's irgendwie diplomatisch vereinbaren, oder wollt ihr meine Tinte, oder sonst was. Ihr könnt auch über alles reden. Ja, ja, ich weiß. Man kann nicht überspringen. Toll. Ich hab kein Brot gegen euch zu kämpfen, ganz ehrlich. Lass mich hier in Ruhe. Daaaah! Ich hab hier kein Brot gegen euch. Ich hab hier kein Brot gegen euch. Ich bin zu blöd im Moment. Walau woman. Aja. Wide. Tot! Wirklich, toll. Toll. Sehr schön, Herr. Das war's nicht so gut. Das war's nicht so gut. Das war's. wie höre ich das tun ich bin zu blöd dafür im moment kann ich das nicht dafür fehlt mir im moment jv das sieht das für euch so aus als könnte ich das im moment nicht oder kommt schon lassen lassen doch können wir nicht über alles reden nicht umtusten das glaube ich ja nicht tja die nachvollen part verschieben sich um mehrere stunden ja ich weiss alle zu bierloch ist dass sie vielleicht besser die die Man! Die neue Bombe ist ja überhaupt nichts wert. Hallo, ich habe die Bombe gewechselt. Alter, ich werde immer bluten. Das gibt's doch nicht. Halt den Schnabel. Neu, oder? Neu. Neu. Ähnlich. Ja, wir müssen uns den Weg freibomben. Ich glaube, anders geht es nicht. Ich will nicht diese verkackte Bombe, ich will die andere. Ich bereue es, dass ich die andere gekauft habe. Nein, Lash. Nein, Lash. Nein, Lash. tja das kann ja gut ausgehen ja 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 Geh es mir dezent auf den Kicks. Tschüss. Geh es mir. Geh es mir. Komm her. Komm zurück. Ich warte. Geh es mir. 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 Geh es mir ran zu schleichen. Was ist das für Gehüpfe hier? Schäme dich. Mach man doch nicht. Geh es mir. Geh es mir. Geh es mir. Geh es mir. Geh es mir runter zu lassen für was auch immer. Nein die Hose anzuziehen. Geh es mir. 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 was euch normal ist, wie ich mal gesagt habe. Irgendwas gepackt? Ja, immerhin, immerhin, immerhin. Aufladen. Bomben fressen wahnsinnige Energie. So, Tintek, Tintek. Das gibt's doch nicht! Okay, leg mich am Arsch, alles im Eiltempo. Turbo, Turbo. Ist ja so, dass die Leckt das noch mal? Ja! Toll! Immerhin, immerhin. Zum Glück hat mein Stuhl eine solide Lene. Tut mir leid. Ah, gib mir weg, du. Toll, ich brauche irgendwie 10.000 Schüsse, aber die zwei, drei und ich bin weg. Danke, vielen Dank. Ob das Spiel so fair ist. Das war nötig. Wie mein Igu. Das war knapp. Ich merke nicht überhaupt, oder? Ja, das ist auch. Alter, hastest du bald? Nein, das gibt's doch nicht! Ich glaub das nicht. Ich glaub das nicht. Ich verkacken Zweierkämpfe. Also besser gesagt. Fünf gegen eins. Nee, also ganz ehrlich, du. Fünf gegen eins. Oder mehr. Das ist keine Kunst. Der war schuld. Wer anfängt, muss nicht jammern. Was haben wir verfolgt hier irgendwie plötzlich? Das war jetzt nötig. Wenn ihr mir sagen, was ihr wollt. Ja! Ich hab noch überlegt, ob ich die noch beseitigen will, aber nein, das will man nicht. Gut, der Part ist überlang geworden, aber das macht auch nix. So, das war die erste Welle von Splatoon. Im nächsten Part der nächsten Serie geht's weiter. Ich sag, wenn's gefallen hat, dann Daumen hoch, abonnieren. Wir sehen uns ganz sicher im nächsten Part wieder. Entschuldigung fürs leichte Ausflippen. Einmal muss man ja. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, tschüss!